Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Normalerweise gibt es ja doch eher Let's Plays zu FIFA 18 oder auch Highlight-Videos habe ich in nächster Zeit vor, aber es gibt eine Sache, die ich euch noch erzählen oder erklären möchte und zwar gibt es natürlich eine Möglichkeit, wie man besondere Schnäppchen im Karrieremodus machen kann. Ein Tipp, den ich euch geben kann, ist versucht Spieler zu verpflichten, die auslaufende Verträge haben und ich habe mal ein paar Seiten im Internet durchwühlt, um nachzuschauen, welche Verträge in echt auslaufen und habe diese Spieler jetzt mal, oder zumindest die wichtigsten und stärksten Spieler, jetzt mal in einem Testspielstand einfach eingefügt. Ich habe mal Manchester City genommen, weil dann natürlich die Finanzen dementsprechend hoch sind. Für euch vielleicht nur als Tipp, wie ihr generell nach Spielern suchen könnt, bei denen der Vertrag ausläuft. Da könnt ihr einfach bei den Scouts reingehen, bei den Aufträgen, macht ihr einen neuen Auftrag, gebt halt ein, was ihr gerne hättet und wählt dann einfach bei Vertrag 0 bis 1 Jahre. Ja, was natürlich ein Riesenvorteil ist, ihr müsst für diese Spieler keine Ablöse zahlen, also ihr müsst nur mit den Spielern selbst verhandeln und euch einigen und ich sage euch gleich mal, die Liste ist lang und die Liste ist heftig. Wir gehen in die Transferzentrale und da seht ihr schon, welche Spieler hier so möglich sind, bei denen alle die Verträge auslaufen. Also wenn ich es jetzt mal nach Stärke ordne, ist es tatsächlich so, dass Lionel Messi in dieser Liste ist. Und angeblich hat er ja seinen Vertrag schon bis 2021 verlängert, aber es wurde noch nicht offiziell bestätigt. Deswegen könnt ihr tatsächlich Lionel Messi in eurer Karriere ab der Winterpause ablösefrei verpflichten. Genauso ist es mit Sanchez und Özil, zwei großen Arsenal-Stars. Ihr seht hier links, das grüne Häkchen bei Status, die habe ich jetzt alle ablösefrei bekommen. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Kielini haben wir dann auch dabei, Ibrahimovic, da sind natürlich auch Buffon viele ältere Spieler dabei, die einfach Kult-Status haben, die ich allein deswegen holen würde. Aber ihr seht, in der Liste sind dann auch immer wieder ganz junge, talentierte Spieler dabei. Dieser Chimenez zum Beispiel und der Frey, das sind zwei unfassbar starke, also Weltklasse-Innerverteidiger, die ihr ablösefrei holen könnt. Ramsey ist dabei, aber auch Talente wie Goretzka. Schauen wir mal bei der Frey, den kann man hier dann einfach kontaktieren. Bei Chimenez geht es nicht, weil, das sollte ich auch noch erwähnen, das geht nur bei Spielern ab 23. Das heißt, auch bei Goretzka funktioniert es nicht. Aber ein Ramsey ist dabei, ein Mario Balotelli, ein Carlos Vela, Jack Wilshere. Also da sind auch sehr junge Spieler dabei. Bei Ross Barkley mit 24. Kepa Arisabalga ist ein riesen Torwarttalent, wo in echt angeblich Real Madrid an ihm dran ist. Also das, Emre Can, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ganz wichtig, hier sehen wir zum Beispiel bei Can, funktioniert es anscheinend nicht. Es kann gut sein, dass der seinen Vertrag verlängert hat. Das heißt für euch auch zu wissen, ich habe euch eine Liste hinterlegt, die verlinke ich euch unter dem Video. Und da kann es natürlich sein, dass ein Spielerverein wechselt, dass ein Spieler seinen Vertrag verlängert und deswegen dann nicht mehr gratis zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, probieren könnt ihr es auf jeden Fall. Da sind richtig, richtig starke Spieler dabei. Die gesamte Liste von den wichtigsten Spielern, die habe ich euch mal unter diesem Video verlinkt. Das heißt, da könnt ihr dann auf unsere Website schauen. Und ihr könnt auch einfach die Spiele hier suchen, wie ihr Lust darauf habt. Und dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß dabei. Und ja, holt euch das ein oder andere Schnäppchen für euren Karrieremodus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald, liebe Leute. Und tschüss.